Musik Tja Leute, lange nichts aufeinander gehört, in dieser Art und Weise, denn wir haben hier etwas Besonderes. Und zwar, wir haben ein Geschenk. Ich war ja bei Konami mit einigen anderen Yugi-Tubern und wir haben ein Geschenk bekommen. Und ja, was drin ist, weiß ich selber nicht. Wir haben es halt einfach in die Hand gedrückt bekommen und wurde gesagt, macht mal auf. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ja, Opening auf meinem Kanal, dass es das nochmal gibt. Krass. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir haben hier einen netten Aufkleber und ja, ist auch wie ein Geschenk verpackt einfach hier. Und ich würde sagen, einfach ganz klassisch hier an den Seiten aufmachen. Und dann gucken wir mal, was da so drin ist. Ich habe halt keine Ahnung, was da überhaupt drin sein könnte. Ja, mal gucken. Meine Konami könnte ja alles dann gepackt haben. Und... Okay, plötzlich bin ich eine Boxer. Okay. Mal gucken, hab ich das jetzt. Ah! Eine Box! Duolinks! Duolinks-Box. Okay. Okay. Das ist nice. Ja, ich guck mal immer auf, ne? Wow! Alter, wie cool, Leute! Ich kann das gar nicht sehen jetzt. Ich muss es umhören. Yeah! Ja, kann man sehen, ist gut. Geil! Ich find die Schnitte geil. Die sind richtig cool gemacht, die Schnitte. Das riecht nice. Yeah! 5Ds! Incoming! Das ist nice. Ja, 5Ds, ne? Synchro gibt es ja auch jetzt bei Duel Links. Schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall beste Sprache. Ich hoffe, die Sprache muss man umstellen. Ah, schon, ey. Ich weiß nicht, woher es anders ist. Oh, das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil. Ich hab noch gar nicht auf den Inhalt geachtet. Ich hab auch vom Display fasziniert. Ja! Nice! Okay. Ähm. Ich komm jetzt hin. Nein! Achso! Das ist jetzt ganz normal, ne? Ich kann es leiser und lauter machen. Yeah! Na, Pause! Ne, Pause! Funktioniert ja super! Nein! Ich will, dass du auch wirst! Das hört nicht auf! Ah! Hat das sogar was Neues, ne? Das hat wir ja gar nicht. Okay. Ah! Das ist richtig mit Knöpfen! Alter, wie geil ist das denn? Ich dachte, das wäre Touch oder so. Nee. Das sind einfach Tasten. Okay, Leute. Jetzt wollen wir uns auch um den Inhalt kümmern hier. Äh, ich meine... Ja. Ja. Also, erstmal hier. Ähm. Richtig nice. Äh, von... Ja, das... Hier so... Oh. Konami. Weil man es kann, ne? Weil man es kann. Ich finde auch, rot auf weiß, geile Kombi auf jeden Fall. Ähm. Ja. Das ist die Box. Von allen Seiten. Ähm. Schick. Schick. Und, ähm. Die geht anscheinend immer an, wenn du sie öffnest. Ja. Sie geht immer an, wenn du öffnest. Aber ich kann ja Pause drücken. So. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch so drin ist. Ähm. Hier ein... Äh. 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 Ein Werbebanal. Das interessiert uns jetzt nicht. What? Warte. Wie geht... Oh. Das ist eine Glaskugel, ne? Warte. Ah. Ich krieg's... Ja. Wenn man ein... Äh. Äh. Sollte man... Oh. Ich zieh alles raus. Okay. Äh. Ja. Wir werden's nie erfahren. Oha. Ich seh schon, was da drin ist. Da ist eine Sternstaubdrache drin. Oha. Ich will's gar nicht anfassen. Dann wird's ja schmutzig. Eine Sternstaubdrache. Nice. Sieht man das? Leute. Das... Man sieht's. Aber... Ein bisschen... Die Softboxen reflektieren. Alter. Sternstaubdrache. Richtig sick. Okay. Jetzt... Ähm. Nein. Ich krieg's nicht mehr raus. Ich will... Ich will jetzt die Plattform haben. Gib mal die Plattform. Ah. Wow. Ich mach gleich alles kaputt. Ey. Oha. Oha. Hier richtig. Schick. Mit Licht. Licht. Hä? Gabel? Oh. Mit... Oh. Mit USB sogar. Okay. USBs. Das ist schick. Batterien auch? Ja. Wer hat davon genug im Haus? Ich nicht. Ähm. Aber... Man kann ja... Was ist das denn? Nur USB? Ah. Das ist ein Minis USB. Ach. Ach cool. Hä? Man kann das Handy hier dran schließen? Okay Leute. Das ist crazy. Wenn man das Handy hier dran schließen kann. Das teste ich mal gleich. Äh. Wahrscheinlich funktioniert es nicht. Mit Handy. Aber ich versuche mein Bestes. Und... So. Ja. Wenn das nicht geht. Das ist doch für Handy, oder? Wo ist mein Handy überhaupt? Natürlich ist es nicht da, wo es sein sollte. Ja. Wir können es auch ohne Handy machen. Wir können auch einfach am PC anschließen. Bester Moment hier. Erst vom Handy reden und dann ja. Den PC doch bevorzugen. Aber ja. Ich meine man spielt ja auch lieber auf dem PC als auf dem Handy. von daher. Alter. Alter. Ich hasse Verpackungen. Hab ich das schon mal gesagt? Äh. Ich bin sehr aggressiv. Es geht doch mal auf. Ich will. Ich will, dass das geht. Bitte. Äh. Okay Leute. Kleiner Cut. Wie ihr seht hier, kann man das hier an und ausstellen. Ähm. Und ja. Man kann hier auch irgendwie... Hab ich un... Wow. Hab ich schon... Ne das off. Was ist denn mit on? On wechselt wahrscheinlich das Licht, ne? Ja. Richtig cool. Da kann man... Man kann sogar die Einstellung, also quasi belassen, die man möchte. Ich drehe den mal nach oben. Ähm. Dass man eine Sternstraubdrache sieht. Ähm. Richtig epic auf jeden Fall. Und kann man halt an und ausmachen. Und es wechselt die Farben. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Vielen Dank Konami. Fett. Das wird auf jeden Fall im Hintergrund für meine Streaming... Ja. Location da sein auf jeden Fall. Richtig geil. Jetzt hab ich meinen kleinen eigenen Dragon Ball quasi. Sternstraubdrache. Schwarzer Rosendrache wäre mir auch was lieber gewesen. Aber Sternstraubdrache ist auch schon sehr, sehr geil. So. Und jetzt seht ihr nochmal Close-Up hier halt in der Nacht. Ich wollte euch das nochmal zeigen, wenn es dunkel ist. Und ja. Die Farben sind schon sehr geil. Und der Sternstraubdrache ist einfach super da drin. Ja. Sehr geil. Ich freue mich sehr über dieses Geschenk. Und ich würde sagen, das war's von diesem Opening. Ich weiß nicht, ob es wieder mal ein Opening geben wird. Wie gesagt. Ich mache ja generell keine Openings mehr. Weil ich finde, die passen auf diesen Kanal nicht mehr. Aber bei so besonderen Anlässen wie sowas. Wie so ein kleines Weißgeschenk. Oder anderen Spezialsachen. Da gibt es dann doch nochmal ein Opening. Sogar als Videoform. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.